oh ja oh wie geil oh ja oh ja wie geil oh ja wie geil oh ja wie geil oh ja Der geht mir auf den Sack Oh ja, ist das geil Gleich schon wieder eine halbe Stunde um Oh ja, ist das geil Ja, die Säufer geht ganz schön schnell Na komm Ja Was denn? Super Ja, ne? Was eine beschiste Karte Ich habe auch keine Karte mehr dafür Ja toll Jetzt habe ich null mehr auf der Hand Oh, das tut mir aber überhaupt nicht leid Ich glaube eher weniger Du Arsch Ich hasse die Karte Nö Naja Dazu sage ich nichts Ah, ich kriege einen Rappel Die eine Karte kann ich nicht einsetzen Nein Ah, ist doch nicht wahr Doch Aber ich glaube ich habe verloren Scheiße Wann soll ich alle vernichtet haben Das war der größte Fehler Ja Brauchst du doch gar nicht machen Egal Einfach nur weil ich es kann Hättest du auch auf dem fetten Koloss machen können Nö, einfach weil ich es kann Achso, war da mal irgendwas? Warte mal, hast du da irgendwie verloren? Du meinst ja auch Warte mal, ich will vorher noch die einsetzen Einfach nur weil ich es kann Hättest du viel früher eigentlich schon einsetzen können Nö Achso, wie war das mit dem Basis-Deck? Ich glaube du kriegst jetzt ein Basis-Deck dazu Weiß ich nicht Level 2 Ach jo, jetzt kann ich den Hexenmeister auch nehmen Mhm Komm, jetzt spielen wir mit dem Hexenmeister Du hast ja noch welche Mach doch Basis-Deck wieder Mhm Alles klar Ich probiere ihn aus Zünde Lunte an Mische Karten Ja, die auch schon Zieh Schrauben an Positioniere Helden Ich komme mal auf so eine Idee Weiß ich nicht Aber ist eine gute, lustige Idee Oh, jetzt Ja, jetzt Weißt du Duell auch andersrum starten Warum nicht? Wo ich die Karten jetzt schon lese Ich kriege Jawohl Wenigstens das Nice So, warte mal Oh, toll Bisschen Kacke Nee Nee La 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 Ah ja, ich kriege auch Lala Zwei Bekloppte am Hearthstone zocken Ja, das ist unglaublich Du sitzt auch süchtig hinter Das ist noch unmöglicher Ja, aber das bringt halt Spaß Neuer Zug Ja, dann Übrigens Du kannst den Drachen wegfliegen lassen Nützt nichts Du kriegst keine Heilung Na, welchen Drachen? Da ist doch so ein Drachen An so einer Schnur fest Achso, ja Ich weiß Du musst unten auf das Ding raufklicken Oder die ganzen Blumen zerstellen Oder die Kübisse matschen hier Hm So sollte man fertig drücken Ich würde sagen, ja Oder das Rad ganz schnell Oder den Gong betätigen Gong Hm Gong 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 Gong, Gong Gong, Gong Gong, Gong wenn man nur Fünfer, Siebener und Sechser auf Hand hat, bringt auch richtig viel. Ach ja, du bist ja dran. Ich kann's auch nix machen. Na, wenn ich wirklich. Kommt ja richtig gut. Nicht wirklich kann ich was machen. Ich aber nicht. Heul doch. Ich bin bereit, aber nicht nicht. Ja. Das war's. Komm, jetzt kannst du auch was machen. Ja, muss ich. Ja, irgendwann. Ich hab's halt auch nicht erwartet. Oh, ist doch nicht wahr. Molokami. Ist klar. Nachmacher. Ich hab keine andere gerade. Ja, ja. Morlock-Armee, Alter. Was ist denn das hier? Morlock-Krieger oder so? Morlock-Räuber. Alter, da hast du nur Morlocks im Deck, wenn du langweilig bist. Und die kosten ja noch nicht mal. Was ist das Schlimme? Ja, ich weiß. Zwei und dann eins noch. Na, ansturm. Kann man, dass ich die Phase nicht überspringen hier? Nö. Genau, boxt mich nochmal und boxt mich... Ja, boxt mich doch nochmal. Ja, genau. Und nochmal zwei Rüstungen dazu. Warum... Ach, ja. Ach, ja. du mir auch warum nicht kannst du dich nicht direkt angreifen bist zum Penner, weißt du das? ich weiß ich weiß ich weiß ach so, meinst du so? mhm ach war doch nix, tu mir leid nö, ne nö, also ging jetzt ganz gut so ups war ich nicht ups, Hinrichtung, war ich nicht ja genau von der Cut hab ich ja gar nix gesehen ne? ja genau, Fusch ja ja ich schieb dir bestimmt auch schon wieder, ne? ja bei dir schieb ich ja immer ja mhm 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 warum ruft ihr mich? lehrwandler mhm, weil ich grad zu bock zu hab dich zu rufen, du Vogel, du komm jetzt, da musst du doch mal was riesiges spawnen hier ja genau auch noch Spott, ist klar hast du doch auch gerufen ja und ja und? und? da fahr' ich die mhm 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 ja auch äh äh da nimm einfach die hier du bist so'n Arsch echt oh war ja die Superkarte mhm ja außer du hast jetzt noch ein starkes Monster oder eine starke Karte die eine Karte wäre ja gut gewesen, aber die hätte ich nicht spielen können, da wären meine alte meine Monster weg gewesen mhm und die hat ja noch, die hat ja noch mal Zauber gehabt durch die ganzen beiden Zaubermonster, waren ja nachher noch drei mhm ja genau was ihr wollen oh halbe Stunde schon um, oder? mhm ja, halbe Stunde schon um, unglaublich hier mhm da holt ja auch noch einen Spott Monster, ich glaub's ja nicht musst du aber glauben ja ja ja, ist klar die hatte die bei mir weghauen sooo hab doch eh verloren ach, vielleicht mach ich noch so du mir ja auch komm, ich tu's ja noch ein bisschen rauszögern hier ja kannst du nicht mal vielleicht mit der auch noch ach und vielleicht eine Runde beenden jetzt und jetzt so noch eine Runde beenden du hast du fühlst du schlecht, ey wie warum? Basis Deck? du hast gesagt, du hast gleich eine Chance halt hier ja, das kommt drauf an, wie man die Karten zieht, ne? wählt einen feindlichen Diener aus, wenn nicht ihm zu Beginn eures Zuges okay unnötig mhm na, was spielen wir denn jetzt? so kann ich mal testen Basis Deck oder wat? mhm okay, bereit wir bleiben erstmal beim Basis Deck so kann ich mal ein bisschen ein Gefühl kriegen für die ganzen Basis Decks ach, das ist gar nix entferne Dauer- ah, Dienerstaub okay ja, dann mach das mal oh, genau, den wollte ich ja haben ich weiß gar nicht, was der für eine Fähigkeit hat der Pooladin der Pooladin? oh, ich darf auch noch anfangen ja, gehört sich das Jepot, ey geil ja, und direkt schon am Cheaten ja, so wie du, ne? was macht der denn hier? komm ruft einen Recruiten okay, das ist natürlich auch geil was macht die Karte denn? ich rufe dich einfach, weil ich Bock hab weil ich grad kein anderes Monster hab naja ja, genau cheate erstmal dann bist du auch noch ein Sportmonster hey, wo hast du jetzt die Karte eingesetzt? ach so ah, jetzt weiß ich auch warum die Karte